Äh, ist das denn ernst? Ist das denn ernst, dass ich jetzt über den verkacke? Ich vergiss es. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem neuen Part, der etwas fädlicher von der Sorte ist. Ja, nicht so ein Rage-Part wie im letzten Part, ey. Oh Gott, ey, bitte nicht. Bitte nicht. Aber das letzte Level war auch wirklich richtig gemein. Muss ich dazu sagen. Das war jetzt gerade irgendwie auch gemein. Ah ja, stimmt ja, die können ja auch aus ihrem Panzerhaus. Oho, was war da gerade los? Alter. Wir nehmen uns aber auf jeden Fall ihn hier mit, den Pilz. Ach ja, und wir müssen die Münzen nochmal einsammeln, weil wir haben den Secret Exit am letzten Part geholt. Jetzt machen wir den regulären, normalen. Da könnten wir eigentlich auch mit den Yoshi hier die Flügel holen. Aber Problem ist, dann haben wir die Yoshi-Münze nicht. Und demnach machen wir es nochmal. Alter, Leute, der letzte Part ging gar nicht, ey. Wenn ich darüber noch nachdenke, wird mir ganz schlecht. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich bin zehnmal oder so gestorben, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir hatten 99 Leben. Oder hatten wir nur 96 oder so? Ich weiß es nicht. Aber wir sind auf jeden Fall wirklich oft gestorben. Teilweise auch an so dummen Stellen. Na gut, so sei es. Kann mal passieren, ne? Kann mal passieren. Komm, 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 komm. Ja, schaffe ich nicht. Okay. Ein Glück. Wurde ich geblockt von diesem Stein. Weil wir hätten es nicht geschafft. Wir wären gestorben gerade. Naja, aber diese Szene hier, diese Stelle ist echt. Das ist so Bescheid, ne? Ist halt so... Warten. Ich hasse warten. Wer mich kennt, weiß, dass warten nicht einer meiner Lieblingsbeschäftigung ist. Ich glaube, das habe ich schon öfters gesagt. Ich weiß gerade nicht wo, in welchem Projekt und so, aber warten ist nicht so geil. Und das war knapp. Na los, komm jetzt. Viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Okay, also Secret Exit war hier hoch. Alter. Hä? Hä? Was sind die Röstlichen Münzen? Hä? Was sind hier das dichten Winz? Habt ihr irgendwelche gesehen? Ich will mal was probieren. Ich will mal was probieren. Im Übrigen auch eine gute Abkürzung. Muss man nicht durch diese... Oben durch diese Schoko-Welt. Wobei, was heißt Abkürzung? Ist das wirklich eine Abkürzung? Haben die Röhren was gebracht? Ich glaube eigentlich jetzt so gesehen nicht. So. Ich hol mir mal eben Yoshi. Und dann gehen wir da nochmal rein. Und dann benutze ich die Flügel. Da benutze ich die Flügel. Dann will ich mal gucken, ob es da die Yoshi-Münzen gibt. Schwupp. Nee, das war... Das war der nicht, ne? War das der? Nee, das war der nicht. Wusste ich doch. Das ist er hier. Team-Mucke. Klala. Ich werde diese Mucke nie vergessen, ne? Ist krass. Ja, ich bin mit dem Spiel aufgewachsen, Leute. Das ist so wie für euch vielleicht... Weiß ich nicht. Super Mario... Wii oder so. Weil jetzt seid ihr mit dem Spiel aufgewachsen. Je nachdem, wie alt... bei der Zuschauerschaft ist. Deshalb also. Ist schon... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Hm. 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 Na, ich will mal trotzdem noch was gucken. Mann, ey. Dieses Spawn-Rateln, ne? Geht gar nicht. Ja, ich wollte noch gucken, ob hinter diesen gelben... Dingern, oder diese Säulen, die da hochgehen, vielleicht da noch irgendwie was versteckt ist. Okay, komm. Ich nehme auch die Feder mit. Und jetzt machen wir einen auf Flying Man. Ha, 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 guck mal hier. Da haben wir so. Das ist der ganze Trick an der Sache. Einfach mal die Abkürzung nehmen. Dann kriegen wir auch alle Münzen. Guck dir das an. Das ist eine Verarsche, ne? Ha, 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 ha. Und hier geht's runter. Und das war's. Gut. Wir haben aber die Burg hier. Die Secret Burg. Ich kann mich da jetzt gerade nicht so erinnern. Heißt die mit den Sonnen? Okay, 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 okay. Ich kann mich doch wieder erinnern. Ich kann mich doch wieder erinnern. Die hat mir sogar echt Spaß gemacht, ne, die Burg? Es ist nur doof, dass wir jetzt hier eine Fehler haben. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht automatisch irgendwie aus Versehen mal fliegen. Durch unseren Speed. Das ist klar. Direkt. Direkt ein Double. Okay. Ja, ich dachte, ich schaff's noch. Aber das war's dann wohl doch nicht. Ah, trotzdem macht die Burg mir Bock. Noch. Seid ich, äh, verkacke jetzt hier die ganze Zeit. Aber ich sag euch, Leute, das war der letzte Kill. Der letzte Kill in diesem Part. Das ist der Ansporn. Warten. Da muss ich eine Doppelspur machen. Nein! Zurück. Okay, ich glaube, wir sterben. Mann, ich bin doch gesprungen. Jetzt nervst es mich umso mehr, weil ich noch angesagt habe. Wir müssen nicht sterben und jetzt bin ich wieder. Ich darf sowas einfach nicht sagen. Oh, das hat einfach mal funktioniert. Ich darf sowas einfach nicht sagen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Mal springt er. Und mal nicht. Das war knapp. Mann! Ich hatte Schiss und bin wieder zurückgerannt. Ja doch, die, da will die steigen. Die Schwierigkeit meine ich. Im Level, die steigen. Aber das ist gut. Das ist eigentlich gut. So kann ich das Projekt ein bisschen strecken. Nein, nein, nein. Ich will ja auch bald durch sein. Ja, komm. Ist gut, ist gut. Bin ich ja wieder klein. Ich brauche keinen Pils. Ich brauche keinen Pils. Nein, ich brauche keine Feder. Ich brauche keine Feder. Klein hat man die bessere Kontrolle. Zeta. Ach, leck mich doch. Oh, ist das ein Scheiß. Ah, es geht wieder los. Es geht einfach wieder los. Es geht einfach wieder los. Es macht so viel Spaß. Das könnt ihr euch nicht glauben. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Na, jetzt mal ehrlich. Das Level ist besser als das von, äh, vorhin. Im letzten Part. Ist einfach so. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Mann, ist das nicht dein Ernst, ey? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt geht wieder los. Ja, moin. Oh, Mann. Oh, warum? Warum dieses Level? Es ist doch ein ganz normales Level. Leute, kennt ihr das? Wenn ihr eigentlich die Level könnt und dann irgendwie sterbt ihr einmal durch irgendwie ein blöden Versehen und dann ist der Wurm an. Und dann stirbt man nur noch. Leute, es tut mir leid, aber das habe ich gerade irgendwie. Habe ich irgendwie, seitdem ich heute spiele, habe ich das. Also ihr müsst verstehen, seitdem ich in dieser Welt bin, nehme ich am Stück auf. Und, äh. Mann, warum, ey? Sollte wir am besten einfach heute ausmachen? Mann, warum, ey? Was war das? Warum? Oh, habe ich meine Feder nicht verloren. Bähm, Alter. Stürb. Ey, bist du in der Ernst? Ist in der Ernst, dass ich jetzt über den verkacke? Vergiss es. Danke. Ey, bist du in der letzten Sekunde noch Nerven flimmern, Herzkammer-Explosions-Flimmern. Ey. Das Spiel macht mich heute verrückt. So, wir können jetzt zu Bowser gehen. Das ist übrigens der Hintereingang. Damit skippen wir den ersten Teil vom Bosers Schloss. Das werden wir natürlich nicht machen. Im nächsten Part geht es los mit dem Geisterhaus. Und hier gibt es, glaube ich, auch ein Secret-Exit. Womit wir auch gleich wieder skippen können und zur Burg gehen können. Was wir natürlich nicht machen. Und, äh, ja. Ich hoffe, ey. Ich hoffe wirklich, es wird noch besser. Wirklich. Ich bin durch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Atme. Atme.